Alles klar, dann checken wir mal hier die Other Neighborhoods out. Wär's nicht schon eingenommen? Ich dachte gerade irgendwie hätte man schon mal so alles kaputt machen noch mal. Leben brauchen wir gerade nicht. Komm hoch. Leider nein, leider gar nicht. So. Das sind Lampen. Wir können hier runter. Ach ja stimmt, wir konnten doch noch hier da oben. Da, genau. Zack, zack, zack. Wir konnten doch durch dieses Portal gehen. In diese andere Welt. Uh. So ist die Frage. Da oben waren wir. Ah, okay. Da oben waren wir. Da müssen wir noch hin. Da müssen wir auch noch hin. Können wir von hier aus irgendwo hinspringen? Wo es sinnvoll wäre? Da oben ist was. Ah, eine Erinnerung. Hier oben ist die Königin. Hier oben ist die Königin. Woher kommst du mir nicht? Schützt die Königin. So. Mind Swarm. Ach so, ihre Lieblingsfähigkeit. Die hat sie gegen Maligula angewendet. Und wurde dann von ihr überschwemmt. Ja. Dann gab es den Tod von dem Psy-Master. Ne Psy-God. Wie hieß er noch? Psy? Psy-Kerl? Psy-Mann? Psy-God? Naja. Auf jeden Fall haben sie dann zusammen. Hier war Otto da. Diese große Schule gegründet. Crawler ist total durch den Wind gegangen. Hier können wir mit niemandem mehr reden. Weil selbst hier, ähm. Bowel. Bowel sag schon. Boyle. Auch von Otto eingenommen wurde. Und ist sie halt in den Wald gegangen. Hat sich den ganzen Tag nur noch mit. Bienen umgeben. Und sich ein alter Ego geschaffen. Nämlich die Stachelhexe. Nein. Die grüne Hexe. So. Da unten kann ich aber nicht hin. Kann ich da rüber schweben? Ne. Ne, 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 ne. Ja. Wir müssen einfach zurück. Ich glaube das war wirklich nur. Damit wir uns das da holen. Da unten noch irgendwas. Ich würde sagen. Wir gehen jetzt gleich zu dem nächsten Punkt. Einfach da rüber. Lila. Da. Wir können auch mit der lilanen Tintenranke hier. Können wir dann gleich auf die orange Ranke? Oder ist die... Bäh. Dieses Geräusch. Bäh. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ah. Chill. Was? Ups. Wieso Ups wie hier rum? Na, okay. Ich hätte jetzt gedacht, man könnte vielleicht sich da hochschieben oder sowas. Wow. Dieses Karving ist beautiful. Why, thank you. We would have done more, but we got full. Vielleicht können wir uns doch da hochschieben. Wartet. Jetzt, jetzt, nein, nein, nein. Na gut, einmal probiere ich es noch. Wenn es dann nicht geht, dann gehen wir halt den normalen Weg. Na gut, einmal probiere ich es noch, wenn es dann nicht geht. Okay, ich probiere es nicht. Alles klar, wir gehen den normalen Weg. Was ist das denn? Was ist das denn für eine Schlappe-Lappe? Oh, da kann man, da kann man auch lang. Ne, schaffen wir nicht mehr. Schade. Da waren wir beim letzten Mal lang. Genau. Wir kommen, wo kommen wir denn da hoch? Ach, da kommen wir hoch. Okay. Oh, da ist ein gelber Hutkoffer. Haben wir schon irgendeinen, haben wir einen Hutkoffer-Anhänger? Ich glaube nicht, oder? Oh, richtig? Ne, wir haben keinen Hutkoffer-Anhänger. Wow! Okay, ich habe das verstanden. Oh, da können wir auch hoch. Dann machen wir erst mal das. Da muss ich hin. Ja, nehmen wir mal den weg. Und wie Sie sehen, sehen Sie nix. Das ist ja Rückreisepunkt, oder was? Na toll. Achso, warte mal, ne. Dann kann ich den erstmal da reinpacken. Oder? Ja, doch. Ich weiß immer noch nicht, ob der so gut ist, aber... Ne, hier geht's nicht lang. Okay, dann müssen wir da lang. Ich spring mal hoch, wenn der auf dem Rückweg ist. Und... Jetzt. Hui! Zack! Hat doch gut geklappt. Zu Kohle. Ich hole Kohle. Pissen wir die Flagge? Ach, da geht's lang. Ah, okay. Und... Jetzt. Hui! Wieder hin? Oder? Yes. Oh nööööö. Ich hasse den. Wer ist, mein Hand? Aua! Nee, 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 nee. Ich glaube, bei dem probiere ich wieder was mit Feuer aus. Ah, die sind echt nervig. Aber mit Feuer sind sie wenig. Die sind nicht ganz so nervig. Komm schon! Oh, nö! Da sind noch einer, stimmt ja. Drennen! Autsch! Don't listen to your haters! Herzrecht, aber. Was sind bis zu tun? Und ich hasse dich. Ah! Das ist immer so blöd. Wenn man noch so ein bisschen in diesem Rage-Mode drin ist, im aggressiven Angriffsmodus. Zack! Ja! 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 Sehr wahrscheinlich! Sehr wahrscheinlich! Vielen Dank, dass du unsere Survee genommen hast. Du hast automatisch auf unsere Meldung-Liste gelegt. Oh, großartig! Okay! Zeit, um Beispiele zu finden. Äh, wollen wir noch jemanden hier? So, wo ist denn noch jemand? Hallo! Das ist keiner, das ist keiner, das ist keiner. Da sind welche. Hier ist auch noch jemand. Okay. Ups. One catfish-ish coming up. Catfish-ish? It's so close to catfish. You can taste the difference. Never mind. Eat catfish for a healthy brain. Carb extract, fermented fish. Crack some bugs. Don't eat trout. Or you'll get out. Silver carb, big head carb, black carb, grass carb. Fishy fish! Ich erinnere mich jetzt irgendwie an, äh, hier. Äh, man, was hab ich denn mit Marco Friedhoff gespielt? Hier. Divinity Original Sin 2, genau. Auf dem Markt. Cheap Chase. The man with many cheeses, the man with many friends. Was mit dir los? What's a panda bear doing in a fish market? Buying fish, just like everybody else. So. My catfish is bothering. Sweet. Sorry, but why would anybody want to buy rotten fish? Listen, all the fish in this market is rotten. I'm the only one telling you the truth. Fair enough. Nee, wir brauchen keinen Fisch. Wir brauchen die letzten Erinnerungssachen. Da sind sie. Wir brauchen die auch noch hoch. I want to be. To be the very best bee. Zack. Ah. Zack. Na, wahrscheinlich ist der falsche Weg. Ja, war klar. Naja. Es gibt keine falschen Wege. Es gibt nur neue Entdeckungen. Oder? Was ist denn das? Eine Chili? Das ist auf dem Bild gewesen. Zack. 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 Bei mir. Ach madam. Ja. Ich weiß. Ich hätte vielleicht ein bisschen ein abbremsen sollen, aber nein. Bremsen ist für Weiche Ei. Warum? Bremse ich hier auch ab? Kann ich abbremsen? Aha, okay, ich kann runtersliden. Das ist ein bisschen angenehmer, glaube ich. Also für ihn, nicht für uns. Für uns dauert es nur ewig. Ich würde so gerne meine Kugel hier benutzen. Damit ich ein bisschen schneller und flotter unterwegs sein kann. Aber nein. Jetzt den kriegen wir auch noch. Natürlich. So, und hoch mit uns. Zack. Hey. Halt dich fest. Genau. Die nehmen wir noch mit. Braucht nur noch Leben. Ja klar, eben durch den Fall. So, dann müssen wir zum Letzten. Da können wir nicht rüberschweben. Ne, wahrscheinlich nicht. Kann man hier hinter? Oh. Wollen wir es noch was? Äh, ich glaube nein. Ich denke, nicht. Na gut, dann nicht. Ja, wir müssen... Ach shit, jetzt habe ich mir verbaut. Oder? Ja. Ja, ich habe es verbaut. Okay. Oh, ich habe es nicht verbaut. Aha. Aha. Okay. Na gut. Ich dachte gerade schon, okay, jetzt bin ich so falsch. Jetzt lohnt es sich ja gar nichts mehr. Ja, ich höre es auch. Ja, ich höre es auch nicht. Übertreib' ich es? Äh. Yes. Aha. Komm runter. Genau. So, jetzt wollen wir dann Zeitlupe. 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 Ja, okay. Hä? Woher die hin müssen? Irgendwas verpasst? Ach so. Hä? Nein, spring doch rüber. Yes. Oh. Uh. Ja, ja. Ich muss dich leider gerade überbrechen. Überbrechen, genau. Überbrechen, nicht überbrechen. Ja, du musst da hin. Miau. Da. Dankeschön. Oh, da ist der Cover-Tag. Aha. Okay. Hua. Hier ist der Hammer-Botstand. Sehr gut. Dann können wir auf dem Rückweg den auch gleich mitnehmen. Was war das? Ach so, das war der. Ich meine. Picheltchen. Goodie. Den letzten Beweis. Oh, das ist ja schön hier. Sehr typografisch. Auch wenn der ganze Texte nur hier Larum Y ist. Also wirklich wie bei Typografie. Haha. Zack. Weiter geht's. Da ist der Fall. Oder der Beweis, besser gesagt. Oh, hier ist noch eine Tür. Da ist noch jemand von der anderen Seite reinkonnt, oder? Na ja, und soll's recht sein, da können wir gleich wieder raus. So. Yes. Now this looks fishy. Kann ich da durch? Better take it as evidence. I think that's all the evidence, Cassie needs. Yes. I got all the evidence, I need. Better bring it back. I'll take it as a minute. Ach so. Ah, wirklich. Cool. Äh, wir wollen aber nochmal zum Hut, haben wir gesagt, ne? Wo ist denn der Hut? Äh, aus dieser Perspektive? Ach, da hinten kannst du ja. Stimmt. Na gut. Na Hut. Uh. 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 Dann gehen wir da hin. Dann gehen wir da hin. Und dann will ich mir mal die Kamera drehen. Eins. Zwei. Zwei. Und Hut. Yes. Wo sind die Fische? Ja. Zwei. Zwei. Zack. Wow. Wow. Was war das denn? Seit wann wobbelt das denn so rum? Alter Schwede. Auf einmal haut mich das da weg, das Ding. Das ist ja richtig frech. Richtig frech. Äh, wo müssen wir jetzt hin? Äh, mussten wir jetzt wieder hier hin? Ja, miau. Penny Flats? Ich glaube ja, oder? Jetzt haben wir alle Fälle. Was? Wie wird sie das Geld verdienen? Sie müssen uns aus der Jail bezahlen? Aber wenn sie nicht locket und sie finden, dass ich diejenige, die sie auf die Rive hat. Hey, keine Angst. Wir werden, äh, protecten Sie oder so. Wir machen es. Das war ein Bust. Was? Bust? Bust? Es war ein Bust. Ah! Ew, not a chapter of which I am particularly proud Hey, she was forced into the outlaw life Not that part, I just meant Nobody likes a snitch There you are, all safe and sound again Thank you, young man You were a little loud for my liking But you got the job done And now you'll help me with those bees? Oh, are you scared of bees? Well, I know of one place where you'll feel completely safe Hey, put me down! Of all the double crossing This was all part of the plan It was? Yep, and I thought I was the tricky one Oh my, we've come to a bad place But that last line was too corny Even for a motivational speaker We're not going to let you control us anymore Oh, and which one of you thinks you should be in charge? None of you could stop Maligula None of you could protect your friends I am the real Cassiopeia And I'll show you how we fight off a foreign invader Get ready for the shushing of your life Nein, the boyات, language Oh my god Oh my god Okay, well Give me your formula To be çıktı No, I won't do so far I won't do so far Weg 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 Ugh, soldat Oh, pushην Und jetzt doch, habe ich das. Äh, p-p-p-p-pfeuer. Ja, feuer. Weg. So, was muss ich jetzt machen, was muss ich machen. Warte mal, warte mal, warte mal Kann mir hier der Archetyp irgendwie ein bisschen helfen? Ich weiß es nicht Ich kann aber leider nicht beides Ich weiß es nicht Wie viele von deinen kleinen Idioten sind da? Hier, versuch's das Es ist mit ihrem leitsten Lieblingsklapp Ich weiß nicht, wie es das noch mehr plainlich ist Aber Wenn du die Dinge anstatt, dann werde ich rein So viel muss ich da so schnell rein Ich weiß Librarians nicht eigentlich, die Leute zu schleichen Das ist nicht das Ding Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal library ja also doch eben schnell malen rein mit dir ein mit dem Los! Los! We Riders are most effective when we get inside someone's head. Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Is there a penny over there? Is there a penny over there? Oh, the problem is I need the fire. I have to be honest with you. Ouch. Ja, I don't want to see you. Ach, come on! Oh, alles ist voller Bienen. Nee, ich brauch, ich brauch Feuer, Leute. Ich brauch Feuer. Äh, dann hau ich mal eben unseren Bällchen weg. Ohne Feuer krieg ich die einfach nicht weg. Zack! Gib mir einen neuen Stift, bitte! Neun Stift! Vorne einen Stift! Ich krieg eine Copy von Main Swarm! Vorne einen Stift! Jetzt, gib mir her! So? The Library is a quiet place! You know, respect for private property. You'd better not chop the table and shut up for it. I had a lot of garlic at lunch. I will keep this library safe. I have to tear it down to do it. Wow. Ja. Löwe all your aspects, Raz! Wer kann sein eigenes sein! Du hast gesagt, Leute! Ich finde das alles. Oh. Ja, gib mir her. Gib mir her. Ja. So, und Ruler-Power. Zack. Natürlich. I'm the ruler of this mind. Verstehe ich ja. Ruler. Wegen Lineal. Ach, das ist schon Lineal. Äh, genial. Ach, genial. I'm not asleep, you're asleep. When my students fall asleep in class, they get sick to the principal's office. Oh no, not you. That's right, now it's two on one. Hey, don't forget to count me. Wee, wee. So, sechs Auge. Jetzt komme ich. Ich habe das getrunken. So, wo ist mein Feuer? Feuer! Weg! Aua. Rennt doch nicht weg. Oh, Mann. Einen weg. Sehr gut. Woo! Gar nicht mal so einfach. Feuer! Ja? Zack, weg! Los, müssen wir was werden! Whaaat? Ich muss in der Bibliothek nur ruhig sein. Wurde nie gesagt, dass ich nicht was werfen darf. Geh her, geh her, geh her! Yes! Oh ja! Hui! Wow! Autsch! Autsch! Wuhuuu! Wusi, wusi, wusi! Oh Gott! Zack! Zack! Da rein mit dir! Schnell! Schnell! Schnell, schnell, schnall! Schnell, schnall! Schnell, schnall! Oh, no. No, no, no. Something's not right. So, Pat, you could say something stinks. You! Oh, no. I can't handle all three of you at once? That's kind of the point. Ready, gals? I'm ready. Together now. I can't believe I failed again. I guess, I guess, um, not the real Cassie. Yes, you are. And so am I. Me too. Mostly when we need money. Hey, I'm pretty good in a fight. You might have noticed. Hi. Uh, are you the real Cassie? Hmm, not sure. But I'm sure she's in here somewhere. Now then, did you say something about my bees? I'm sure she's in here somewhere. I'm sure she's in here somewhere. I'm sure she's in here somewhere. I'm sure she's in here somewhere.